Musik Hi ihr Lieben, heute habe ich einen tollen Ausflugstipp für kleine und große Leute. Der Wildpark Frankenhof in Regen. Musik Am allerbesten gefällt mir der Streichelzoo. Ihr seid so richtig mittendrin zwischen den ganzen Ziegen und dürft sie füttern und mit ihnen kuscheln. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kleiner Tipp, lieber keine weißen Klamotten anziehen, sonst sehen die nachher so aus. Voll Hammer ist die riesige Teppichrutsche auf dem Erlebnisspielplatz. Ey, ich sag euch, die hat so richtig Speed. Suchtfaktor auch für Erwachsene. Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Außerdem gibt's auch noch einen Märchenwald, Picknickplätze und über 500 Tiere. Also einfach ein bisschen Zeit mitbringen und Spaß haben. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020